Der 15. Dezember ist der 349. Tag des gregorianischen Kalenders, somit bleiben 16 Tage bis zum Jahresende. Ereignisse, Politik und Weltgeschehen 0533 Der Sieg der oströmischen Truppen unter Belisa in der Schlacht bei Trikamarum besiegelt das Ende des Vandalenreich. In Nordafrika, das vormals weströmische Gebiet, fällt dem byzantinischen Reich unter Kaiser Justinian I. zu. 1387, nachdem Herzog Friedrich von Bayern den Salzburger Erzbischof im Zuge des Städtekrieges festgesetzt hat und damit dessen Verlassen des Bundes erzwingen will, erklärt der schwäbische Städtebund dem Herzogtum Bayern den Krieg. 1516, Gasparti, de Colony, Iseigneur de Chatillon wird vom französischen König Franz I. zum Marschall von Frankreich ernannt. 1576, der spanische Stadthalter in den Niederlanden, Don Juan de Austria und die Generalstaaten schließen das ewige Edikt, mit dem der Stadthalter die Genta-Pazifikation anerkennt. Das Edikt wird jedoch keine acht Monate halten. 1640, Herzog Johann II. von Braganza wird als Johann IV. König von Portugal, wodurch die seit 1580 währende Personalunion mit Spanien beendet wird. 1745, in der Schlacht bei Kesselsdorf im Zweiten Schlesischen Krieg siegen die preußischen Truppen des Alten Dessauers über österreichisch-sächsische Verbände unter dem Kommando Rotowskisch. Die Sieger rücken zwei Tage später in Dresden ein. 1791, die Bill of Rights wird als Zusatzartikel 1 bis 10 in die Verfassung der Vereinigten Staaten aufgenommen. Punkt 1805, im Vertrag von Schönbrunn zwischen Preußen und Frankreichs Herrscher Napoleon Bonaparte werden Gebietsveränderungen geregelt. Preußen überlässt Frankreich das Fürstentum Ansbach-Klewe und das Fürstentum Neuenburg und erhält dafür das Kurfürstentum Hannover, das allerdings zum englischen Königshaus gehört. 1806, die Napoleonische Armee besetzt im Vierten Koalitionskrieg das preußische Warschau. Aus Preußen wieder abgenommenen Teilen entsteht im Juni 1807 das Herzogtum Warschau. Punkt 1840, Napoleon Bonaparte sterbliche Überrüste werden im Invalidendom in Paris aufgebahrt. 1848, der ungarische Reichstag unter der Führung von Lachos Kossuth erklärt die Abdankung Kaiser Ferdinands I. für ungültig und protestiert gegen die Thronbesteigung Kaiser Franz Josefs I. 1862, die Schlacht von Fredericksburg im amerikanischen Bürgerkrieg endet mit dem Abzug der Unionstruppen, die in den Tagen zuvor den von der Südstaatenarmee gehaltenen Ort in Virginia völlig verwüstet haben. Punkt 1890, Indianer Häuptling Sitteming Bull wird in North Dakota von einem Reservatspolizisten erschossen. 1899, Großbritannien erleidet in der Schlacht von Kolenso die dritte Niederlage innerhalb von einer Woche im Zweiten Burenkrieg. Die Woche geht als Black Week in die Geschichte Großbritanniens ein. 1916, nach dem Verlust aller zuvor gemachten Geländegewinne wird der am 21. Februar begonnene deutsche Angriff auf das französische Ferdinand im Ersten Weltkrieg durch die oberste Heeresleitung abgebrochen. Die Schlacht um Ferdinand hat insgesamt 350.000 französischen und 335.000 deutschen Soldaten das Leben gekostet. 1925, Ritz-Apach-Lavie legt vor dem ianischen Parlament den Amtseid als Schah ab. 1944, das Flugzeug mit dem amerikanischen Bandleader Glenn Miller verschwindet im Zweiten Weltkrieg auf dem Weg von London nach Paris spurlos über dem Ärmelkanal. 1945, General Douglas MacArthur verbietet als Supreme Commander for the Allied Powers in einer an die japanische Regierung gerichteten Direktive den Staat Shinto unter dem Aspekt der Trennung von Religion und Staat. 1947, die Londoner Konferenz der Außenminister der Vier-Siegermächte im Zweiten Weltkrieg wird beendet, weil sich die Alliierten über die Deutschlandfrage uneins sind und es zum Bruch zwischen der Sowjetunion und den USA kommt. 1957, die Stadt München erreicht eine Million Einwohner. 1961, der frühere SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, im Reichssicherheitshauptamt zuständig für die bürokratische Abwicklung der Entlösung der Judenfrage, wird im Eichmann-Prozess vom Bezirksgericht Jerusalem nach dem Schuldspruch vom 11. Dezember zum Tode verurteilt. 1964, Kanada erhält seine Ahornblattflagge. 1975, Günther Guillaume und seine Frau Christel Bohm werden in der Bundesrepublik Deutschland im Zuge der Guillaume-Affäre wegen Landesverrats zu 13 bzw. 8 Jahren Gefängnis verurteilt. 1977, das deutsche Bundesverfassungsgericht stoppt die Abschaffung der Gewissensprüfung für Kriegsdienstverweigerer. 1981, der peruanische Diplomat Javier Peresti-Cuella wird von der UNO-Vollversammlung zum UNO-Generalsekretär gewählt und somit Nachfolger des Österreichers Kurt Waldheim. 1981, der UN-Sicherheitsrat erklärt die im Rahmen der Homeland-Politik Südafrikas behauptete Unabhängigkeit der CIS-Gai für nichtig. 1983, in seinem Volkszählungsurteil erklärt das deutsche Bundesverfassungsgericht das 1982 erlassene Volkszählungsgesetz für verfassungswidrig und etabliert das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Grundrecht. 1983, Argentiniens Präsident Raul Alfonsin beruft die Commission National Sub-LA-Desiparischen Depersonas. Sie soll für die Zeit der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 Dekasekunden Schicksal verschwundener Personen und Verletzungen der Menschenrechte untersuchen. 1988, die USA nehmen den Dialog mit der PLO auf. 1989, vor dem Haus des ungarisch-reformierten Pfarrers Laszlo Tokes in Temeshoara, Rumänien, versammeln sich rund 200 Personen, um seine Deportation zu verhindern. Damit beginnt die rumänische Revolution gegen Diktator Nikolaes Sosyskü. 1990, Kirgizistan proklamiert seine Souveränität und damit seinen Austritt aus der Sowjetunion. 1993, der britische Premier John Major und der irische Ministerpräsident Albert Reynolds unterzeichnen die sogenannte Downing Street Declaration, ein Abkommen, das eine Friedenslösung für den Nordirland-Konflikt ermöglichen soll. 1999, in einem Referendum wird in der seitherigen Bolivarischen Republik Venezuela mit einem überwältigenden Votum von über zwei Dritteln der Stimmen die neue von Hugo Chaves erarbeitete Bolivarische Verfassung angenommen. 2002, der seit 1979 regierende Theodoro Obiang N. Gemma M. Basogo wird für weitere sieben Jahre als Präsident von Äquatorial Guinea bestätigt. Punkt. Wirtschaft 1858, die österreichische Westbahn geht feierlich eröffnet auf dem Teilstück von Wien-Westbahnhof nach Linz in Betrieb. 1906, in London wird die Great North Ann, Piccadilly und M. Brompton Railway eine U-Bahn-Linie zwischen Hammersmith und Finsbury Park eröffnet. 1908, Melitta Bens gründet zusammen mit ihrem Mann Hugo das Unternehmen Melitta, das die für die Erfinderin als Gebrauchsmuster geschützte Filtertüte wirtschaftlich verwerten soll. 1949, die Bundesrepublik Deutschland tritt dem Marshallplan bei. 1996, Boeing und McDonnell Douglas geben die Fusion ihrer Konzerne zu einem Industriegiganten mit 200.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 48 Milliarden Dollar im Jahr bekannt, um der Konkurrenz des europäischen Airbus entgegenzutreten. 2000, der letzte noch in Betrieb befindliche Reaktor Block 3 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine wird stillgelegt. Punkt. Wissenschaft und Technik 1654, in Florenz wird mit der regelmäßigen Messung und Aufzeichnung der Lufttemperatur begonnen. 1939, der Chemiekonzern II. Dupont Denemus & Company in Siefert, Delaware, stellt erstmals Nylonfäden kommerziell her. Punkt. 1965, mit Walter Schirra und Tom Stafford an Bord startet das Raumschiff Gemini 6A in den Weltraum. Wenige Stunden später erfolgt das erste Treffen Zayer bemannter Raumschiffe im Weltraum mit dem seit 4. Dezember im All befindlichen Gemini 7. 1965, der französische Astronom Odo Adolphus entdeckt den inneren Saturn-Mond Janus. 1965, die über 5 Kilometer lange Seelandbrücke über die Osterschelde wird von Königin Julianna eröffnet. Es ist die längste Brücke in den Niederlanden. 1970, die sowjetische Raumsonde Venera 7 erreicht die Venus und kann 23 Minuten lang Daten zur Erde senden. 1984, die sowjetische Raumsonde Vega 1 wird zur Erforschung des Planeten Venus und des Gometen Halley gestartet. 1987, die von der niederländischen Firma Gusto Engineering entworfene Mikoperi 7000, der zweitleistungsfähigste Schwimmkran und eines der größten Arbeitsschiffe der Welt, wird nach zweijähriger Bauzeit vom italienischen Dienstleister Mikoperi in Dienst gestellt. Punkt. 2009, die Boeing 787 startet zu ihrem Erstflug. Punkt. Kultur 1807, die Oper La Vestale von Gaspare Spontini wird an der Pariser Oper-Uhr aufgeführt. 1832, die französische Satire-Zeitschrift Les Charivari druckt die erste Karikatur des Künstlers Honore Daumier ab, der in den folgenden 40 Jahren etwa 3900 Lithographien und Holzstiche aus seiner Hand folgen. Punkt. 1858, bei der Uraufführung der komischen Oper der Barbier von Bagdad von Peter Cornelius am Weimarer Hoftheater kommt es zu einem Eklat, als Gegner des am Dirigentenpult stehenden Franz Liszt die Aufführung stören. Liszt beendet daraufhin seine Tätigkeit als Dirigent in Weimar. 1860, die Bürgersängerzunft München präsentiert in München erstmals die Bayern-Hymne, heute die Hymne des Freistaats Bayern. 1903, die erste Ausgabe der Wochenzeitschrift Neuer Rundschau erscheint im S. Fischer Verlag in Berlin. 1903, der Deutsche Künstlerbund wird durch die Berliner Sezessionisten unter der Präsidentschaft von Leopold Graf von Kalkreuth gegründet. 1904, Isadora Duncan eröffnet in Berlin eine Barfußtanschule. 1913, am Theatro a la Scala di Milano in Mailand erfolgt die Uraufführung der Oper Perissine von Pietro Mascagni. 1939, in Atlanta wird mit dem vierstündigen Liebesdrama Vom Winde verweht der bis dahin teuerste Film aller Zeiten uraufgeführt, welcher in der Folge zehn Oscars erhielt und sich zum inflationsbereinigt kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten entwickelte. 1944, in Prag wird der Film Große Freiheit Nr. 7 von Helmut Keutner mit Hans Albers, Ilse Werner und Hans Sönker Uhr aufgeführt. Eine Aufführung für Deutschland ist drei Tage zuvor von der Nationalsozialistischen Prüfstelle verboten worden. 1979, bei einer Partie Scrabble entsteht bei Scott Abbott und Chris Haneye in Montreal die Idee, selbst ein eigenes Brettspiel zu entwickeln. Die Grundkonzeption von Trivial Pursue wird geboren. 1984, das von George Michael komponierte Stück Last Christmas der Popgruppe Wham. Einer der meistgespielten Popsongs in der Weihnachtszeit wird bei Epic Records veröffentlicht. . 1994, die Altstadt von Quedlinburg in Sachsen-Anhalt und die Eisenhütten von Völklingen im Saarland kommen auf die UNESCO-Weltkulturerbeliste. 2000, in Paris wird die Oper El Nino von John Adams Uhr aufgeführt. 2001, nach über elf Jahren dauernden Arbeiten zur Bauwerksicherung wird der schiefe Turm von Pisa wieder für das Publikum zur Besteigung geöffnet. . Gesellschaft 1809, Napoleon gibt die Scheidung von Kaiserin Josefine bekannt. Diese wird am 10. Januar 1810 vollzogen. 1960, der belgische König Baudoua I. heiratet die spanische Adlige Fabiola de Mora Y. Aragon. . Religion 0687, der vom Volk in Rom und vom einfachen Klerus gewählte Sergius I. wird Papst 1124, Coelestin II. wird in Rom als Gegenpapst zu Honorius II. gewählt, verzichtet aber schon tags darauf auf die päpstlichen Würden, woraufhin Honorius II. in einer erneuten kanonischen Wahl endgültig in seinem Amt bestätigt werden kann. . 1433, mit der Bulle Dudum Sacrum erkennt Papst Eugen IV. auf Druck von Kaiser Sigismund das Konzil von Basel als rechtmäßig an, das er mit seiner Bulle Quoniam Alto 1431 zu untersagen versucht hat. Der Text der Bulle beruht in seinen Grundzügen auf dem Vorschlag des Kardinals Giuliano Cesareni. . Katastrophen 1881 . Die Staumauer El Habra in Algerien bricht die wasermaßen verursachen bis zu 250 Todesopfer. . 1945 . Ein Zusammenstoß zwischen einer S-Bahn und einem Güterzug zwischen den Berliner Bahnhöfen Spindlersfeld und Betriebsbahnhof Berlin-Schöneweide, fordert vier Tote und neun Schwerverletzte. Der zuständige Fahrdienstleiter wird im Januar 1946 von der sowjetischen Besatzungsmacht zum Tode verurteilt und hingerichtet. . 1967 . In den USA stürzt die Silver Bridge eine Hängebrücke über den Ohio River ein. . 46 Menschen sterben, neun werden schwer verletzt. . 1970 . Der Untergang der südkoreanischen Fähre Namjongho in der Koreastraße kostet 308 Menschenleben. . 1999 . In Venezuela kommt es aufgrund wochenlanger, ungewöhnlich intensiver Regenfälle in der Küstenregion zu katastrophalen Erdrutschen. Vor allem in dem vor Caracas gelegenen Bundesstaat Vargas werden mehrere Ortschaften zum Teil völlig von Schlamm begraben. . In ganz Venezuela fordern die andauernden Unwetter 15.000 bis 50.000 Tote und mindestens 150.000 werden obdachlos. . . Kleinere Unglücksfälle sind in den Unterartikeln von Katastrophe aufgeführt. . Sport 1891 . Das erste Basketballspiel findet auf der Basis von 13 von James Neismith der dachten Regeln statt. . 1895 . BTSV Eintracht Braunschweig wird als Cricket- und Fußballklub Eintracht Braunschweig gegründet. . 1935 . Der Niederländer Max Euwe wird fünfter Weltmeister im Schach. . Er schlägt seinen Vorgänger, den Exilrussen Alexander Al-Jachin, in der Schach-Weltmeisterschaft 1935 mit 15,5 zu 14,5. . 1990 . Durch Beitritt des Deutschen Turn- und Sportbunds der DDR zum Deutschen Sportbund entsteht ein Gesamtdeutscher Sportdachverband mit zu dieser Zeit rund 24 Millionen Mitgliedern. . 1995 . Der Europäische Gerichtshof verkündet die sogenannte Bosmann-Entscheidung bei der das bisherige Transfersystem im europäischen Profifußball für rechtswidrig erklärt wird. . Das Urteil verbietet Ablösesummen nach Vertragsende für Profisportler innerhalb der EU und erklärt Ausländer Restriktionen für ungültig. . Einträge von Leichtathletik . Die Weltrekorden befinden sich unter der jeweiligen Disziplin unter Leichtathletik. . . . . . .